Vielleicht so Früchte, Früchte mässig, so Salat, Früchte mässig, nein, nein. Einen Moment. Oder Nüsse. Nüsse? Nein. Früchte oder Nüsse? Früchte, Nüsse, Salat, jedenfalls. Morgen. Nein, jetzt. So Früchte mässig. Nein, wenn nicht, so Dessert mässig, aber wenn nicht, ist okay. Melonen. Ich darf keinen Zucker essen, das ist das Ding. So aus, aus, was heißt das? Nachtisch mässig, keinen Zucker. Äh, Melonen hat es doch jetzt. Melonen, Orange. Melonen wäre okay, Melonen wäre sehr nice. Melonen? Melonen wäre sehr nice, ja, ja. Ganz wenig so ein bisschen, für ihn ein bisschen, für mich. Wirst du Melonen? Sag mal so, als zu gesund. Ne, muss nicht sein, lass, lass, wenn der nicht will, will ich auch nicht. Scheiß drauf. Nein, der meint zu gesund, Mann, der meint zu gesund. Nein, was? Was, ich heiße Plotinriegel oben, scheiß drauf. Nein, Mann, das ist zu spät jetzt. Keine Melonen. Ah, aber Latte Macchiato, wenn ihr habt. Latte Macchiato. Ja, das wäre geil. Boah, Latte Macchiato. Auch noch Kaffee, oder? Nein, ich will go. Oh, okay. Dankeschön. War sehr lecker. Ja? Feldschlösschen einfach. Nur Feldschlösschen? Also, nee, ich hab noch ein. Nee, ich hab noch ein Moreki. Oder, ähm, San Miguel. Was, San Miguel? Also, San Miguel hört sich gut an. Corona-mässiges, so helles. So helles. Corona gibt's in China. Nur auch gut. Aber ein helles Wöcker. Das München ist doch kein helles, das ist Naturkrieg. Und ein Wodka Red Bull, der geht auch. Wodka Red Bull? Ja, ja, der geht auch. Weiss, roter, grüner, schwarzer, blauer. Weiss, wichtig. ? Musik